moin sind wir oktober hier ist wieder mal euer René von Hamburg willkommen zum weiteren teil der beiden adventskalender einmal der hamburgersportverein schoko adventskalender inklusive ein poster und einmal die stadion und eigentlich müsstet ihr die beiden auch sehen auf dem Zandnil müsste ich die auch drauf haben ja drei taler also ergibt das heute tag nummer vier also sind wir schon beim tag nummer vier angekommen ja wie gesagt vierter toller vierter doch sag du gehst wenn ich das bauch aber bis jetzt konnte ich alles aus dem Kalender so auspacken oh ja jetzt habe ich ein Problem ich habe noch nicht nachgeguckt wo das Türchen ist wenn ich nicht habe ist das nämlich hier drin ja ich habe es gesehen war ja klar ist hier auf der seite hier unten in der anderen Ecke hier haben wir die schlingel nummer vier so machen wir den schlingel auf Türschel wieder zu ab ist die und so du bist wieder weg die fünf sehen wir schon mal die ist da hinten das ist schon mal gut bis jetzt wollte ich noch keine schere weil man konnte die immer gut aufmachen und was ist drin aber von hamburg hot take smog wir haben ja die liste dabei wo alles draufsteht mal gucken ob der auch funktioniert funktioniert macht aber auch ein kleiner hoch video eindruck muss ja auch man bedingt also ja wer es auch wissen will den ganzen kalender habe ich bei Amazon geholt habe ich schon von meinem eigenen geld bezahlt nichts gesponsert gar nichts das ist alles meins also alles aus der eigenen tasche bezahlt und dafür habe ich knapp 100 euro hingelegt glaube 99,95 also 5 Cent weniger also kann man auch sagen 100 euro ja und dann würde ich mal sagen wenn euch das heute gefallen hat drücken die Hände das Däumchen nach oben lassen wir ein Abo da tschüss das nächste mal und tschüssi